Inmitten der Vorbereitungen auf das lang ersehnte Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen schwebt eine Wolke der Unsicherheit über die entscheidende Teilnahme des Stürmers Alassane Pli. Der Spieler, der kürzlich ein Training aufgrund einer Verletzung abbrechen musste, steht nun in Frage für seinen Einsatz am kommenden Samstag. Am Mittwoch musste Pli aufgrund einer Verletzung das Training abbrechen, was bei der Trainerkommission und den Fans Besorgnis auslöste. In einer Pressekonferenz, die von Trainer Gerardo Sioane geleitet wurde, wurde enthüllt, dass der Stürmer am nächsten Tag nur individuell trainierte, was auf eine vorsichtige Herangehensweise an seine Genesung hinweist. Die zugrunde liegende Ursache für dieses Missgeschick geht auf eine Mittelfußprellung zurück, die vor etwa anderthalb Wochen während des Spiels gegen Stuttgart auftrat, bei dem Borussia Mönchengladbach siegreich mit 3 zu 1 hervorging. Das Rätsel um Pli's Einsatz gegen Bayer Leverkusen wird größer, da die Auswirkungen der Verletzung weiterhin bestehen. Die Sportmedien sind voller Spekulationen über die Schwere der Verletzung und wie sie die Leistung des Spielers beeinflussen könnte. Die Unsicherheit dreht sich um Pli's Fähigkeit, sich rechtzeitig für das Duell zu erholen, und die genauen Informationen über die Ausdehnung der Verletzung bleiben vom medizinischen Team des Vereins gut gehütet. Die Situation könnte für Borussia Mönchengladbach nicht entscheidender sein, da sie auf einen starken Gegner in Bayer Leverkusen treffen. Alassane Pli, bekannt für seine beeindruckende Fähigkeiten und bedeutenden Beiträge zum Team, ist ein Schlüsselspieler in der taktischen Ausrichtung der Mannschaft. Sein Fehlen könnte eine erhebliche Lücke im Angriff darstellen und die Fähigkeiten von Trainer Gerardo Seuane auf die Probe stellen, eine effektive Lösung zu finden. Die Sportpresse ist in Aufruhr und versucht, die Zeichen zu entschlüsseln und zwischen den Zeilen der Aussagen des Trainers zu lesen. Die hermetische Natur der verfügbaren Informationen verstärkt nur die Neugier der Fans, die begierig auf jede Nachricht warten, die einen Hinweis auf Pli's Teilnahme am entscheidenden Duell gibt. Die Verletzung von Pli und die Unsicherheit über seine Teilnahme am Spiel sind nicht nur das Hauptgesprächsthema unter den Fans, sondern auch unter den Sportanalysten, die darüber diskutieren, wie sich das Team ohne ihn anpassen könnte. Die sozialen Medien sind voller hitziger Debatten, in denen Fans Hoffnung, Sorge und verschiedene Theorien über den Ausgang dieser Fußballgeschichte zum Ausdruck bringen. Der Samstag rückt schnell näher und die Spannung um den Zustand von Alassane Pli erreicht ihren Höhepunkt. Die Augen der Fans werden auf die Entwicklungen im Training, auf medizinische Updates und auf die Aussagen des Trainerstabs gerichtet sein. Unabhängig vom Ausgang hat die aktuelle Unsicherheit eine zusätzliche Schichtspannung zu einem ohnehin schon vielversprechenden Spiel hinzugefügt. Wir warten gespannt auf weitere Informationen über den Zustand von Pli und wie sein möglicher Ausfall die Situation vor dem Duell beeinflussen wird. Bis Samstag geht das Drama weiter und die Herzen der Fans von Borussia Mönchengladbach schlagen im Gleichklang in der Hoffnung, ihren Starstürmer in Aktion zu sehen, in dem, was eines der entscheidendesten Spiele der Saison sein könnte.